Ja gut, ähm, Banditenlager, das wir also gleich unter die Lupe nehmen werden, aber erstmal sehen wir uns natürlich um, wie immer. Wir gehen erst mal zu den Kindern. Und ja, das war ziemlich ereignisvoll. Ich hoffe, Marc geht jetzt einigermaßen gut. Oh, Candy schaukelt. Oh, Clem guckt erstmal nur zu. Klar, wenn Candy aufhört, also wenn Candy eine Pause macht mit, äh, Duck, ähm, schaukeln lassen, dann, ja, dann jetzt. Okay, nur ein bisschen, okay? Okay, Abwechslung ist gut, man muss doch immer fair sein. Und wie geht's dir, Clementine? Ah, der Moment ist echt süß, gerade. Unschuldig. Wie Vater und Tochter. Obwohl es ja nicht Vater und Tochter ist. Wir werden auf jeden Fall zurückkommen, würde ich, Clementine. Wie findest du die Mockerei hier? Oh, ich glaube nicht. Bin ich sicher. Na, wir können ihr nicht die Hoffnung zerstören, also. Ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber in dem Kind zu sagen, es gibt keine Hoffnung, das wäre jetzt nicht das Beste. Wir sind hier sicher. Naja, fürs Erste. Ach, das ist schön. Warum kannst du nicht immer so friedlich sein? Hey, Kenny. Gehen wir mit dir auch mal reden? Okay, wo gehst du hin, um mit ihm zu reden? Auch komplett aus, drum, okay. Mach's halt umständlicher, als das ist. Naja, man kann, wenn der Zaun nicht mehr funktioniert, einfach einen besseren Zaun bauen, aus Holz oder Metall oder irgendwas. Je nachdem, was man findet. Man braucht ja nicht unbedingt Strom, um die Zombies abzuhalten. Die Beißer. Die Walker? Ich glaube, die werden Walkern hier genannt. Beißer finde ich natürlich am besten. Die Zombies. Hm, wie geht's dir so, Kenny? Ja, ich hoffe, es wird auch mehr als nur einen Abend mitessen. Lily will nicht hier sein. Lily will sowieso nirgendwo sein. Aber, ich muss sagen, dieses Mal bin ich eher auf der Seite von Lily, nicht hier zu sein. Also, was heißt, nicht hier zu sein, sondern ich bin skeptisch, ob das hier wirklich so sicher ist, wie es uns vorgemacht wird. Die Leute sind mir ein bisschen zu freundlich, irgendwie. Ich denke, ja, fürs Erste. Okay, du musst dich nicht gleich hinten reinkriechen, in deiner Antwort. Deine Familie hat es gut her geschafft. Okay. Dirk und Karchi sind hier okay? Nein, es war nicht einfach. Dirk nicht so gut an die Walken zu diesem Ort. Wenn alles gut funktioniert, vielleicht er und Karchi können hier eine einfache Leben haben. Ich hoffe, du bist richtig. Dirk und Clementine deserve ein besseres Leben, als zu sterben in einem Trappischen Motel. Ja, wir werden uns nicht allzu lange umsehen. Nur mal ein bisschen alles, was wir uns so ansehen können. Ich gehe erstmal dahin zum Benzinkanister. Ja, ein langer Weg. Ich hätte gedacht, es wäre kürzer. Dieser lange Weg, nur um das zu sagen. Mir ist auch aufgefallen, während ich dieses Spiel mal wieder spiele, dass das auch Point & Click ist. Das ist mir vorher nie bewusst geworden, weil das Spiel einfach nicht so wirkt wie Point & Click. Ich meine, Return to Monkey Island war ja eine ganz andere Geschichte als das hier. Mit den ganzen Rätseln und so sauernd. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ja, das haben sie. Können wir gleich reingehen? Ja, und das ist auch gut so. Aber ganz schöne Benzinverschwendung. Oh ja, das hat den einen Zombie ja komplett fertig gemacht. Der da mit seiner Hand festgebrannt war. Ja, das hat Björn uns, glaube ich, schon angesehen. Gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, wir können gleich nach Mark noch sehen, ob es ihn gibt oder nicht. Da wurde jetzt einfach ein fremdes Haus mit reingeschleppt. Obwohl, Katja ist ja, glaube ich, gerade bei ihm. Eine Wand aus Heu. Gar keine schlechte Idee. Hauptsache, sie ist gut stabilisiert. Gehen wir mal den Stall. Oh, wir dürfen nicht reingehen. Das war nur die Aussage. Schade. Aber ja, stimmt schon. In das Fahne schlafen ist nicht das Schlimmste. Mhm. Die Kuh würde ich gerne sehen. Ich hoffe, wir kommen noch dazu. Okay, Larry und Lily einmal mit den beiden reden. Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht? Was? Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Ja, Deutsch on top hier. Was hältst du davon, das Hotel zu verlassen, was deinen Vater angeht? Das können wir doch nicht fragen, wenn er uns ansehen kann. Der sitzt direkt neben uns. Der ist näher an uns dran als Lily gerade. Ich nehme mal, sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht, hm? Oh, er ist eindeutig kein guter Anführer. Ich bin guter Anführer. Ähm, kriegt immer noch Hoffnung. Ja. Kenny glaubt, es ist noch Hoffnung. Vielleicht ist das, was wir jetzt brauchen. Well, Hoffnung macht nicht so gut, wenn wir alle tot. Ich bin fokussiert, auf uns lebenswerden. Beide Seiten sind viel zu extrem. Ich gebe mir nicht mein Vater Essen. Das war kalt. Ach, komm, bitte. Der braucht nicht jeden Tag Essen. Der hat hundertprozentig jeden Tag Essen von ihr bekommen. Außerdem habe ich ihr Essen gegeben. Hättest du ihm doch geben können. Ach, ich weiß nicht. Also, ich finde, keiner von beiden ist ein guter Anführer. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass wir es nicht geworden sind. Wir hören Lilly als Anführerin. Äh, viel zu kaltherzig. Und Kenny ist viel zu schroff. Er ist so... Er möchte nur seine Meinung durchsetzen. Und das ist bei Lilly auch der Fall. Es gibt da keinen Raum für Kompromisse. Das ist ein großer Fehler, wenn man Anführer ist. Das ist schon benötigt. Und ich finde, das können wir am besten machen, weil... Naja, wir treffen die Entscheidungen. Dann gehen wir mal zum Dickenlager. Ja, das hätten sie. Ja, das haben wir gesehen. So, are you ready to head out there and find their camp? Yeah, it'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Sagen wir noch Tschüss? Oh, sie läuft noch zu uns. Oh. Sie läuft noch zu uns. Clementine, sie ist so süß. Das niedlichste Kind überhaupt. Ist halt wirklich wie eine Tochter. Und endlich mal kein nerviges Kind in einem Videospiel. Das will ich nochmal anmerken. Die meisten sind echt verdammt frustrierend. Die meisten sind echt verdammt. Ist da jemand? Es sieht leer aus. Falls niemand am Zelt ist. Oh, okay. Jetzt wird es jetzt, sich ran zu schleichen. Ganz vorsichtig. Weißer. Wo man unsere Fußschritte weiter nicht hören würde. Das sieht leer aus. Aber bleib wachsam. Machen wir. Oh Gott, was ist da drin? Zombie? Leere? Mensch? Wer? Niemand? Niemand? Jetzt ist es ja gar nicht von den Banditen. Hier sind Flaschen. Hier? Also ist vor kurzem niemand hier gewesen. Kommt hoffentlich bald nicht wieder. Kommt hoffentlich bald wieder. Wahrscheinlich alle leer, oder? Nichts, also du brauchst nur leere Dosen. Naja, eine Apokalypse ist, glaube ich, nie zu viel für eine Person. Du weißt ja nie, wie lange man damit auskommen muss. Noch übensche? Nichts weiter. Oder beim Einkaufswagen. Eiskalt gestohlen. Also da gucken wir gleich rein. Ist das frisch? Ist das noch warm oder so? Oh, es dampft. Aber es hat doch gedampft, oder? Dann war doch erst jemand da. Ja, es dampft doch eindeutig. Nämlich angegriffen, oder was? Ein Hinterhalt? Ich glaube, einfach nur alles ist leer, ja. Was ist das denn? Eine Kamera? Warum hat er so gut gesagt? Das fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich finde es sehr merkwürdig, dass er gesagt hat, oh gut, nachdem wir gesagt haben, die Kamera funktioniert nicht. Wieso sollte das die Reaktion dazu sein? Man sagt doch, oh nein, schade, oh, Kamera. Oder man sagt einfach nur, äh, ist mir egal. Und ich einfach, oh gut, Gott sei Dank funktioniert sie nicht. Das war eine merkwürdige Reaktion von ihm. Ich trau dem nicht, dem Typen. Ich trau niemanden von denen. Das wird so komisch, alles. Ist das da... Das sieht doch aus wie... Der... Das, das, das werde ich nicht anklicken, das werde ich jetzt nicht sagen. Oh, ein kleines Bild. Die Mutter mit ihrer Tochter. Anscheinend, ja. Ein kuscheltier? Ein blutiges Häschen. Das ist deprimierend. Ja, jetzt gucken wir. Also wenn... Ist das der Fall? Ist es das, was ich denke, was es ist? Es ist Clementines Mütze. Das ist Clementines Mütze. Ich bin nicht zurückgekommen. Du sagst ihm, Jolene nicht zurückgekommen. Hey, wir hatten ein Deal. Keine Schreie, so lange, als wir dir Essen gegeben haben. Was ist der Fall passiert? Du hast ein Deal mit ihnen. Ich bin nicht sie. Oh, ich weiß dich. Ich weiß, was du bist. Und ich weiß, was du tun. Du nicht mich. Sie holt meine Scheiße. Sie holt alles von mir. Wir hatten ein Deal. Du Menschen verbringst es zuerst. Warum bist du allein hier? Was ist das? Das ist ein helles Problem, Herr. Sie sagten mir, ich wäre safe mit ihnen. Die Menschen, die hier leben. Aber es war nicht für mich. Und nicht für meine Frau. Sie haben sie nicht gut gemacht. Nicht at all. Sie hat sie weg, in den woods. Oh, mein Gott. Sie sagten mir, woher. Und ich begrens sie, every way I could think. Sie haben sie einfach lacht. So, I killed them. Und ich bleibe hier, bis sie zurückkommt. Ich bin nicht, dass sie wieder zurückkommt. Sie hat sie wieder zurückkommt. Sie wird zurückkommt. Jetzt, vielleicht hast du mich letzte Mal gehört. Wenn ich dich gefragt habe, put deine schmerzen, Du denkst, ich werde dich nicht töten? Ich werde dich nicht töten? Ich werde das hier Crossbow und ein schönes Schmerzen direkt durch deinen Augenblick. Und in deinem Kopf. Du bist nicht Menschen. Du bist Menschen. Du bist Menschen. Du bist Menschen. Ich glaube, ich werde dich nicht wissen, dass sie alles erlebt haben. Clementine ganz bestimmt nicht. Und wir haben auch nichts mit ihrer Tochter zu tun. Oh nein, schöne Dekoration. Ich werde sie nicht mehr schießen. Ich werde sie nicht mehr schießen. Was? 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 Was wollte sie uns sagen? Wie hat er sie erschossen? Also erstens hat sie auf uns gezielt und zweitens hat sie gerade geredet und gar nicht vorgehabt zu schießen. Das sah nicht so aus. Dieser Typ ist mir immer suspekter. Sie wollte gerade was sagen und er hat sich sofort erschossen, dass sie nicht weiterreden konnte. Ich will nicht zurückgehen. Das hat die Frau nicht verdient. Ich meine, die war zwar ein bisschen verrückt, aber nach allem, was sie erlebt hat anscheinend, ist das vollkommen verständlich. Was ein Penner. Der hat doch irgendeinen Dreck am Stecken, sonst hätte er sie nicht erschossen, als sie was sagen wollte. Boah, nee. Ich fühle mich unwohl. Ich will nicht zurückgehen. Die arme Frau. Boah.